Herzlich willkommen zum Community Brawl. Wir hatten in letzter Zeit so die Idee, dass man so ein bisschen so einen kleinen Contest zwischen den ganzen YouTube Kollegen hier so starten könnte und jeder gibt so einen kleinen Highscore vor. Der Rainer Schauder hat das gemacht in Donkey Kong vom NES. Das habe ich leider nicht, deswegen konnte ich da keine Antwort zu machen. Aber der Maxi von The Final Stage Show, der hat das Mohun Remake angegangen. Und der ist das Mohun Remake angegangen. Und er hat dann Highscore aufgestellt von, ich glaube es waren 800 Punkte. Und das ist schon längst wieder geknackt. Das haben schon fast alle haben das Ding geschlagen. Also eigentlich jeder bisher. Der Rainer Schauder führt momentan, ich glaube mit 1030 Punkten. Ich bin mir nicht ganz sicher, wer da die Nase gerade vorne hat. Auf jeden Fall werde ich das Ganze jetzt auch mal versuchen. Das Ganze ist Mohun Remake. Das gibt es kostenlos per Chip. Könnt ihr euch gerne runterladen und dann auch mitmachen, wenn ihr Bock habt. Macht ein kleines Video dazu und dann ladet ihr das hier einfach hoch und dann gucken wir, wer am Ende die Nase vorne hat. Aber ich würde sagen, wir starten mal. Das Ganze ist natürlich sehr zufällig, wie die Moorhühner hier so spawnen. Hier kann man die Windmühle abschießen, das bringt nochmal viele Punkte. Dem Typ kann den Hut wegschießen. Die ganz weit weg sind, die bringen 25 Punkte, die ganz vorne bringen 5 und die in der Mitte bringen 10 Punkte. Und ab und zu kommt so ein Riesenhuhn. Das kann man wegballern, das gibt auch nochmal 25 Punkte. Es gibt auch Sachen, die man nicht abschießen darf, wie zum Beispiel hier die Schilder. Ja mal, hallo. Könntest du mal treffen? Was ist das denn? Und es hat mit Glück zu tun, wenn man hier viele Moorhühner im Hintergrund bekommt, so wie ich jetzt gerade. Wahnsinn, was geht hier ab? Das ist natürlich grandios gerade gewesen. Mal sehen, eben in der Testversion, im Testlauf hatte ich nicht so viel Glück. Da hatte ich viele, die halt nur hier vorne waren und teilweise gar keine Moorhühner. Das könnten jetzt nochmal welche im Hintergrund kommen. Da oben war eins sehr gut. So ein großes hatte ich noch gar nicht. Die kündigen sich immer an mit Gegacker und kommen dann so in die Kamera. Na kommt schon. Na komm, das kann doch nicht sein. Hallo. Oh Gott. Guck mal, in dem Testlauf eben war ich besser als gerade. Naja, 845. Immerhin, ich habe den Maxi geschlagen und das ist die Hauptsache. Hauptsache, der kriegt hier gut aufs Maul. Wie gesagt, guckt in seinem Video. Ich glaube, ihr macht da unten so ein Ranking, wer halt gerade wo vorne liegt und so. Und schließt euch den ganzen an, macht da auch ein Video zu und ladet das hier hoch. Wäre doch eine coole Sache. Ja, damit bin ich raus. Ich mache das jetzt nochmal. Ich will das jetzt nochmal. Ich will die 1000 knacken. Die 1030 von meiner Schauer, das wäre der Wahnsinn. Nehme ich aber nicht auf. 870 ist auch noch, bin ich zumindest nicht letzter. Das ist nämlich der Maxi, glaube ich. So. Tschüss.